Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Was passiert, wenn der Autor im Werk stirbt? Worüber kann am Kreuz gelacht werden? Welche Deutungswege weist der Minotaurus? Und wie kommt Motivation von hinten zustande? In der Diskussion dieser Fragen liegt der Reiz der Werkfibel, die Irmgard, Emwirtz und Ulrich Weber herausgebracht haben. Entstanden ist sie aus einer vom Schweizerischen Literaturarchiv veranstalteten Ringvorlesung zum 100. Geburtstag des Dichters im Wintersemester 2020-21. Dort liegt sein Nachlass. Dort wird seit über 30 Jahren sein umfangreiches Spätwerk, die Stoffe 1 bis 9, erforscht. Grund genug, alles was man über Friedrich Dürrenmatt zu wissen glaubt und möglicherweise über seine Werke dazulernen möchte, in dieser Fibel aufs Neue durchzubuchstabieren. Das Alphabet erweist sich als quicklebendiger Teaser. Aus Stichwörtern werden Schlüsselbegriffe geeignet, den Klassiker zu Lebzeiten so zu erschließen, wie er es wohl selbst gewünscht hat, als er sich als einen Meteor bezeichnete, der über den Literaturhimmel funkelt und statt Karten Krater hinterlässt. Eine Einladung also, sich auf diesen Andersdenker einzulassen, der es ablehnte, auf eine Demonstration zu gehen, weil er sich selbst als solche sah. Es beginnt, wie es besser kaum sein könnte, mit einer Gouache Friedrich Dürrenmatt aus den späten 1970er Jahren. Auf der Skizze sehen wir zwölf schmächtige Figuren, die durch den Raum schweben und mit dem Erdball jonglieren. Groteske Nachkommen von Atlas, der sich in Dürrenmatt's Sinne zu einem Endbild jener Welten aufspielen, die sie zu tragen bestellt sind. Es sind Meister der Endspiele und der schlimmstmöglichen Wendungen, Denkbildner mit durcheinander und durchgehenden Geschichten, Alternativfiguren in einem erzählerisch nicht zu bändigenden Labyrinth, wie Alexander Honold in seinem geistreichen W. wie Weltartikel schreibt. Und natürlich beginnt die Fibel mit A wie anfangen. Ulrich Weber, der 2020 eine sehr achtbare Biografie über Dürrenmatt vorgelegt hat, bespricht die Autoren Hollen, die der Dichter als sehr ohne Gott, als zweiter Schöpfer, als Tragikomiker beim Ausbrüten von Kuckuckseiern eingenommen hat. Und nachgerade logisch folgen dem die Beiträge über B wie Babylon, C wie Chaos und D wie Distanz. Belege dafür, wie vergnüglich und zugleich lehrreich es sein kann, einen Spott im Werklabyrinth des Dichters so zu beleuchten, dass er zum Mittelpunkt eines Gedankennetzwerks wird. Der Minotaurus als Reflexionsfigur der Moderne bespiegelt sich selbst, könnte man dabei denken. Ein tragikomischer Einfall, der das Chaos aus der Distanz betrachte und dabei die Komik einsetzt, um das Ungestallte zu gestalten. Alle Beiträge können hier natürlich nicht angeführt werden. E wie Einstein sei beispielhaft genannt. Er bringt die Regie des Zufalls, die dem Determinismus einer zu groteske bestimmten Welt ein Schnippchen schlägt, mit dem berühmten Zitat aus Einsteins Brief an Max Born vom 4.12.1926 auf den Punkt. Die Quantenmechanik ist sehr achtungsgebietend. Aber eine innere Stimme sagt mir, dass das noch nicht der wahre Jakob ist. Die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns kaum näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass der nicht würfelt. Faszinierend ist auch Ulrich Bose und Elio Pellins Beitrag F wie Film, der Dürrenmatz Schweizer Requiem auf den Western unter die Lupe nimmt. Die Analogien zwischen dem Besuch der alten Dame und Fred Zinnemanns Railway and Town Western High Noon liegen mit dem rahmenden Bahnhofseinfall und dem Geltungsanspruch des Faustrechts auf der Hand. Sie lassen sich auf den nach den Worten des senegalesischen Regisseurs Die Prildiob Mambeti von Dürrenmatt inspirierten Films jenes übertragen, der in einem Vorort von Dakar spielt und Westernization und Postkolonialismus, Moral- und Kapitalismuskritik durchspielt. Vorherrschend auch in dieser Fibel ist der Komplex von Gelächter und Humor, Ironie und Satire, Groteske und Tragik-Komik. Wir verstehen, warum Dürrenmatt Pilatus mochte, weil der römische Stadthalter seinen Augen und seinem Gottesbild nicht traute, als er Jesus sah, der sich Gottes Sohn nannte, ein Beispiel für die Dramaturgie des Missverstehens in Dürrenmats Christologie. Und warum dem Dichter Don Quixote näher stand, als Oedipus, der an den Göttern und dem Schicksal zugrunde ging, aber nicht an der Welt als Wille und Vorstellung litt. Auf der späten Lithographie Gelächter von Dürrenmatt, die der Band uns zeigt, sehen wir tanzende und turnende Figuren auf einem verbogenen Kreuz. Dieses närrische Treiben im Angesicht des Endes, ist Friedrich Dürrenmats Galgenhumor. Sie hörten, der Dichter und seine Denker. Dürrenmatt bekommt zum 100. Geburtstag eine Fibel zum Werk. Eine Rezension von Michael Braun. Sprecher Matthias Püllmann. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enke, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr. Werb strain mit Francesco Hallo, komm! Du bist schick.